Höhepunkte anliegen Fußballfreunde aus Durchgang Nummer 1 hier in Rotterdam. Und das Begriff bekommen vor Carolin Simon. Rechtsfuß, nach innen gezogen, abgezogen und dann. Treffer. Ladies aber völlig egal, 1-0 Isabel. Wir warten auf den Pfiff, aber Katalin Kulczak. Für Nadja Nadim, die da in der Luft schon steht, keine Chance mehr vor Anna Blesse und dann eben auch nicht für...